Am Chanukah sagt man acht Tage lang das ganze Hallel und das gilt auch für Chanukah Rosh Chodesh. Wobei am Rosh Chodesh machen wir das halbe Hallel, am Chanukah wird das ganze Hallel gesagt, weil es ein ganz besonderer Freudentag ist. Man sagt aber am Chanukah nicht Tachanun, man sagt auch am Chanukah nicht das Lamna Zehach und auch vor dem Torah lesen sagt man nicht das Err Chabayim und am Shabbat das Zidkat Chazedek sagt man ebenfalls nicht.